... Italien aus Südtirol, weil die sehr... Alter, weil wir ja zuletzt bei seinem Heimrennen hatten die Kulisse möglicherweise zu sehr beeindruckt, wo der 016. Briesensalon, zwei, dreimal Oberkörper vertreten ist und gleich die Rutschphasen wurden. Ja, er fragiert und hat weniger Polster als Fritz Dopfer an dieser Stelle auf dem weiterführenden Japaner, der als 21. ins Rennen gegangen war und jetzt schon mindestens siebter ist. Aber jetzt hat er richtig Fahrt aufgenommen, der Willk. War etwas tief gewesen, das hat die Tempo, die kostet, das kostet ein bisschen an die Schwindigkeit. Und das ist der Erste, der die Bestzeit realistisch knacken kann. Das funktioniert für Sie sehr gut hier. Juasa oder jetzt doch Mölk, es reicht gerade so. 800 zum Vorsprung für Manfred Mölk.